Der Hund hat doch keine Wahl. Der Hund geht zum Scheiß in New York und denkt, er hätte was entschieden. Aber die Frage ist, der Hundebesitzer, ist es wirklich so anders für ihn? Haben wir wirklich eine Wahl oder war das schon entschieden in dem Moment, in dem wir geboren wurden? Grimma, egal, ihr lasst niemanden an den Tatorten. Und anders als sonst meine ich auch niemanden. Er wäre tot. Auch keine Erde mehr. Bis morgen nicht das Spiel. Das ist eine Wette. Ihr könnt alles drehen. Wenn das Leben euch in den Ast zuteilt, muss man das spielen. Er leitet die Ermittlungen ernsthaft. Er muss noch anfangen werden. Bis zum nächsten Mal. Bergens Er ist einênh, wie viel öklar ist. Bis zum nächsten Mal.